Was denkt ihr, wenn ihr an das McLaren-Team denkt? An erfolgreiche 80er und 90er Jahre, an Alan Bruce und Ayrton Senna. McLaren, ein Name, der für viele Jahrzehnte den Begriff von Erfolg in der Formel 1 darstellt. Doch 2015 ging wirklich alles schief. Eine neue Partnerschaft mit Honda, große Erwartungen, aber das Ergebnis war am Ende ein Desaster. In diesem Video gehen wir mal auf den Grund ein und schauen, warum ein Top-Team so plötzlich tief gefallen ist. McLaren hat eine beeindruckende Geschichte in der Formel. Mit Legenden wie Ayrton Senna und Lewis Hamilton holten sie Weltmeisterschaften und sowie auch die Team-Weltmeisterschaft. Es war eigentlich das Team, was es zum Schlagen galt. Doch 2015 war eine ganz andere Geschichte. Nach einer enttäuschenden Zusammenarbeit mit Mercedes entschied McLaren sich, auf ihre Vergangenheit zu besinnen. Und die legendäre Partnerschaft mit Honda wieder aufleben zu lassen. McLaren und Honda. Das Duo, das zwischen 1988 und 1991 vier Weltmeistertitel einfahren konnte, sollte wieder zusammenkommen. Die Erwartungen waren natürlich sehr, sehr enorm. Viele dachten, dass dies der Schlüssel wäre, um wieder an die Spitze der Formel 1 zu gelangen. Aber wie so oft in der Formel 1 kam alles irgendwie so ein bisschen anders. Schon in den Wintertests zeigte sich, dass der Honda Motor, der RA615H, weit von der Konkurrenz entfernt war. Gut, Honda ist da erst wieder eingestiegen. Ja, auch wenn es natürlich nicht so optimal läuft. Aber sei es. Die Leistung war zu schwach. Die Zuverlässigkeit war wirklich noch schwächer als der Motor selbst. Das McLaren-Team kämpfte von Beginn an nicht nur mit einem unterlegenen Motor, sondern auch mit Problemen beim Chassis, das nicht gut mit dem neuen Antriebsstrang harmonierte. Das erste Rennen in Australien war ein Vorgeschmack auf das, was McLaren in der gesamten Saison erwartete. Fernando Alonso, der von Ferrari wieder zu McLaren wechselte, fiel aufgrund eines Testunfalls in Barcelona aus. Und Kevin Magnussen sprang für ihn ein. Doch es nützte nichts. Der Honda Motor war nicht konkurrenzfähig. Es gab Überhitzungsprobleme, Elektronik dran und auch generell fehlende Leistung. Das Auto war nicht nur langsam, es war auch unglaublich unzuverlässig. Insgesamt erlitten Alonso und Jensen Button während der Saison 12 Ausfälle. In einem der denkwürdigsten Momente der Saison schrie Alonso während des Japan-Renn frustriert über Funk GP2-Engine GP2. Ich denke, viele von euch werden diesen legendären Funkspruch kennen und er kam auch nicht von ungefähr. Eine klare Ansage, dass der Honda Motor nicht den Erwartungen entsprach. Doch tatsächlich denken viele, dass der Honda Motor das einzige Problem war. Aber das stimmt nicht so. Hinter den Kulissen kämpfte McLaren auch mit internen Spannungen. Ron Dennis, der 2014 als CEO zurückgekehrt war, stand unter immensem Druck, McLaren wieder an die Spitze zu führen. Die Kommunikation zwischen McLaren und Honda war jedoch alles andere als reibungslos. Es fehlt an Abstimmung und Klarheit darüber, wie das Auto denn wirklich entwickelt werden sollte. Das passt hier. Der MP4-30 war für einen leistungsstarken, kompakten Motor ausgelegt. Da kommen wir jetzt schon zu einem Problem. Denn der Honda Motor war weder leistungsstark noch zuverlässig. Die Ingenieure bei McLaren konnten das Auto nicht optimal auf die Herausforderungen der Saison einstellen. Weil das gesamte Paket nicht stimmte. Es war halt ein Teufelskreis. Der Motor war schwach, das Chassis nicht anpassbar und das Team konnte keine richtigen Fortschritte erzielen. Am Ende der Saison stand McLaren mit nur 27 Punkten da. Eine desaströse Bilanz für ein Team, das es wirklich gewohnt war, um Siege zu kämpfen. Zumal die Fahrerpaarung mit Jenson Button und Fernando Alonso zwei Weltmeister im Team hatte, die halt gewohnt dabei waren, um Siege zu fahren. Mercedes, das dominierende Team jener Zeit im Jahr 2015, holte unglaubliche 703 Punkte. McLaren hingegen landete auf dem neunten Platz in der Konstrukteurswertung. Knapp vor den kleineren Teams wie Sauber und Manor. Es war eine Saison voller Frustration und Enttäuschung. Sowohl für die Fahrer als auch für die Fans von McLaren. McLaren einst an der Spitze des Feldes kämpfte oft darum, überhaupt die Ziellinie zu sehen. Ein schmerzhafter Anblick für ein Team mit einer so krassen Geschichte. Nach 2015 war klar, es musste sich definitiv was ändern. McLaren und Honda setzten ihre Partnerschaft zwar noch bis 2017 fort, aber es wurde immer deutlicher, dass diese Zusammenarbeit nicht so funktionieren sollte, wie es einst mal tat. 2018 trennte sich McLaren von Honda und wechselte zu Renault. Eine Entscheidung, die das Team schließlich auf einen besseren Weg bringen sollte. Seitdem hat sich McLaren erholt und 2021 sogar ein Rennen gewonnen. Mittlerweile ist McLaren eines der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste Team in der Formel 1. Aktuell führen sie die Konstrukteursweltmeisterschaft an, aber es ist relativ knapp. Die Jahre nach 2015 waren von Umstrukturierungen geprägt und heute ist das Team, wie ich ja schon sagte, wieder wettbewerbsfähig. Doch das Jahr 2015 bleibt als eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte von McLaren in Erinnerung. Es zeigt, wie schnell man in der Formel 1 von der Spitze wieder nach ganz unten geraten kann.